So, moin moin und herzlich willkommen zur nächsten Patch Preview vom 5. April 2016 mit Nuki und Cyrus. Wir haben heute einen, oder gestern eher gesagt, einen ziemlich dicken Patch bekommen, der ziemlich cool ist. Wir gehen die Änderungen jetzt einmal komplett von oben nach unten hier mit euch durch. Patch Highlights ist ganz klar New Play Mode Competitive Play. Was bedeutet das endlich ein Ranked System in Overwatch ist? Du hast ja auch schon das Ranked System mal gespielt, Nuki. Was hältst du bis jetzt davon? Bis jetzt finde ich es ziemlich gut. Ich finde die Ausführung ziemlich gut, dass man halt einen Attack, einen Defense spielt und dann noch halt, sollte es wirklich gleich sein, einen Sudden Def hat. Der einzige Nachteil, den ich finde, ist, dass sie es ein bisschen flexibler hätten gestalten können. Das heißt, meiner Meinung nach, wäre es gut gewesen, hätte man das wie im Tournament Play aufgezogen, dass wenn jemand ein Punkt weiter ist, zum Beispiel bei einer Payload Map, dass man dem dann hätte den Sieg geben können oder sowas. Ich finde es ein bisschen unglücklich. Ich hatte heute ein, zwei Spiele, da waren wir, haben wir am ersten Punkt sozusagen gedefft, haben aber den ersten Punkt in der Attack-Phase eingenommen und haben dann halt trotzdem Sudden Def gekriegt. Das war ein bisschen unglücklich. Ja, die haben halt auch gesagt, die wollten dann auch nicht mit Stopwatch Mode oder sowas machen, sondern die wollen, dass die Games ausgespielt werden und so weiter. Und deswegen gibt es den sogenannten Sudden Death Mode halt, wenn beide auf einer Höhe sind. Deswegen spielt zum Beispiel die Zeit da keine Rolle und so weiter. Und dieser Sudden Death Mode besteht im Endeffekt, für die, die es nicht wissen, aus King of the Hill, einer der King of the Hill Maps. Und da wird nur ein einziger Punkt gespielt und wer diesen Punkt gewinnt, der hat quasi das Ranked Game gewonnen. Und entsprechend erhält oder verliert man dann Punkte. Und diese Punkte, die sorgen halt dafür, dass man im Rank aufsteigt. Es gibt dann Challenger Rank, wo man dann fünf Divisions hat. Division 1 bis 5. Und sobald man in der fünften ist und dann ein Rank abkriegt, geht man in die Advanced-Kategorie. Von da aus geht es dann irgendwann weiter in die Expert-Kategorie. Danach in Master und danach in Heroic. Und bei Heroic ist es so wie bei Hearthstone, dass man wohl auch Ranks hat, wie bei Legend. Also es gibt dann quasi den absoluten Killer, das ist dann Platz 1 und dann gibt es irgendwo Platz 1000 oder sowas auf der Heroic. Wenn man überhaupt in Heroic reinkommt, ist das natürlich schon schwer genug. Und auf dem Challenger-Rang verliert man auch keine Punkte. Also das ist das Ranked-System. Und das ist jetzt auch schon drin, was ich auch extrem gut finde. Das kam jetzt aber auch sehr überraschend, oder Nuki? Ich war auch nicht wirklich darauf vorbereitet, dass das Competitive Play jetzt schon in der Beta kommt. Ich hätte gedacht, vielleicht bringen sie es halt zu Release auf jeden Fall mit rein. Aber dass es jetzt schon in der Beta getestet wird, finde ich ziemlich gut, weil dann kann man noch Verbesserungsvorschläge bringen, beziehungsweise halt es anpassen. Ja, es ist auf jeden Fall gut, dass ihr das jetzt schon reinmacht und dass es auch getestet wird. Und die haben jetzt auch schon auf Feedback reagiert teilweise, habe ich gesehen. Also die haben auf dem, gibt es ja diesen Developer-Blog und da hat der Jeff Kaplan ja auch schon was dazu gesagt. Und da kam dann auch schon so ein Pop-up von wegen, ja, wir haben jetzt auch schon auf Feedback reagiert hier, ne, da hat er irgendeine Änderung angesprochen, hat direkt gesagt so, jo, wir haben hier schon Feedback gekriegt, wir haben das sofort geändert, dies, das und so. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass Blizzard da so krass auf die Community auch hört einfach, dass da wirklich Sachen gemacht werden und geändert werden. Wir werden das jetzt auch in dem Patch sehen, da sind nämlich unter anderem Balance Changes drin, die halt von den Pros angesprochen wurden und die auch wirklich dann gemacht wurden. Also ich finde das wirklich wahnsinnig gut. Deshalb geht es sehr auf die Community ein, vor allem in den letzten drei, vier Patches. Ja, definitiv. Gehen wir mal weiter in die nächste Kategorie. Also das ist erstmal der Competitive Mode, der jetzt schon drin ist, wo sie sich noch nicht sicher waren, ob sie das bis zum Release hätten schaffen können. Und der ist jetzt schon drin und der wird jetzt schon getestet. Ziemlich cooles Zeug auf jeden Fall. Wir gehen dann mal weiter auf die General-Kategorie. Es gibt neue Sprays, neue Player-Icons, neue Voice-Lines. Also man hat wieder mehr Sachen, die man unlocken kann, was ziemlich cool ist. Und hier haben wir eine massive Kategorie an neuen Legendary-Skins. Dazu als kleine Info, manche von diesen Legendary-Skins, die werden ja auch im weiteren Video, was auch noch heute kommt, wird noch, werde ich noch alle Skins einmal zeigen. Manche von diesen Skins allerdings sind nur quasi Remodels. Also die sind einfach nur gleiche Skins mit anderen Farben. Also manche sind nichts Besonderes, andere wiederum sind wieder komplett neue Skins. Also ziemlich cool auf jeden Fall, wie viele hier reingekommen sind. Gefällt mir auf jeden Fall. Hast du die neuen Skins schon angeguckt? Ich habe die neuen Skins heute Morgen schon ein bisschen, äh gestern Abend schon ein bisschen angeguckt, beziehungsweise heute Morgen auch mal drüber geschaut. Und es sind ein paar echt Tolle dabei, muss ich ehrlich sagen. Es gibt auf jeden Fall ziemlich viele coole Skills, äh Skills, Skins. Hat mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Wir werden ja auch in dem, wie gesagt, in einem weiteren Video dann alle nochmal uns zu Gemüte führen und ein bisschen darüber kommentieren. Gucken wir uns die nächste Kategorie an. Es ist einfach nur schade, dass man die Soldier-Skins nicht sehen kann im Moment, weil Soldier ja gerade rausgenommen ist. Ja, Soldier ist momentan vom Rank-Play disabled oder auch in den Quick-Matches, glaube ich, weil Soldier einfach im Moment invis geht. Das ist halt noch eine Beta, da gibt es halt solche Bugs. Und durch die neuen Skins kann er halt Invis gehen. Deswegen wurde der im Moment rausgenommen. Äh, wir gehen mal auf die nächste Kategorie schon Leaving Games. Leaving Games ist immer so eine Sache. Leaver Penalty. Ich hatte jetzt, ähm, des Öfteren, dass ich einfach, ich bin kurz auf Klo gegangen und, äh, ich war quasi am Streamen, sag so, jo, ich geh mal kurz auf Klo. War hier schon im, äh, Skirmish. Bin dann in dem Moment, wo ich gerade weg war, ins Game reingegangen und kam dann irgendwie nach einer Minute wieder und war auf einmal rausgekickt aus dem Game und wusste gar nicht, was los war. Das haben die irgendwie auf 30 Sekunden reduziert gehabt. Und bei den, äh, Leaving Penalties, die es jetzt gibt, die müssten natürlich eine Art Leaver Penalty reinbauen. Ähm, allerdings ist es so im Moment, dass in Rank Games keine neuen Leute dazukommen. Kannst du das bestätigen, Nuki? Ja, das ist richtig. Man kann aber, also es ist schwer, aber man kann als bestehender, zum Beispiel wenn du in der Gruppe vorher bist und dann in DC ist oder so, kannst du noch mal reinkommen. Es ist nur sehr kompliziert, wie ich es jetzt gehört habe. Also, wir hatten ein paar Mal einen Leaver drin, beziehungsweise jemanden, der in DC hatte oder rausgeflogen ist, der konnte dann auch nach einer bestimmten Zeit wieder rein. Aber es werden leider für Rank Games keine neuen Leute gesucht. Wir hatten sehr oft Situationen heute, wo wir einfach vier gegen sechs gespielt haben oder wie vorhin zum Beispiel, dass einfach kein Gegnerteam da war. Ja, das war bei mir auch so, dass wir dann, da sind zwei aus dem Gegnerteam gelieft und die mussten dann vier gegen sechs spielen und wir sind natürlich dann durchgerannt. Allerdings, die Leaver-Penalty ist natürlich auch recht heftig. Also, die haben sie noch mal ein bisschen erhöht. Vorher war es 50 Prozent und jetzt sind es erst mal 75 Prozent. Und die Penalty hält so lange auf die 20 letzten Games runtergebrochen, wie oft man da gelieft ist. Und sobald dieser ein gewisser Threshold erreicht ist, ich schätze mal, die werden sagen, zehn Prozent. Also, aus 20 Games, wenn man in zwei Games gelieft ist, muss man erst mal ein 21. Game machen, um da wieder positiv zu sein, um über diesem Threshold zu sein. Ich weiß nicht genau, wie dieser Threshold, wie hoch der ist. Er kann auch höher sein oder niedriger sogar noch. Das weiß man nicht genau. Oder weißt du da irgendetwas Genaues? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee, ich habe auch nichts Genaues davon gehört. Aber sie haben es ja schon im letzten Patch zumindest ein bisschen angenehmer gemacht, dass man zuerst diese 30 Sekunden runtergezählt bekommt, weil man einen Champion gepickt hat und dann in AFK ist. Das ist halt zum Beispiel nicht mehr passiert, so wie du es gesagt hast, dass man auf Klo geht zwischen den Games und dann halt nicht pickt und dann... Ja, das ist auch, das war auch absolut dämlich, fand ich. Aber das haben sie jetzt zum Glück ein bisschen gelowert wieder, aber... Bisschen gelockert. Das Einzige, was jetzt noch sein müsste, wäre, dass neue Leute unfallfrei in die Games wieder reinjoin können, wenn jetzt aus dem Rank-Game jemand leeft. Natürlich will man nicht jemanden in die Gruppe schmeißen und dann wird das Spiel verloren und der war vielleicht drei Sekunden im Spiel und der kriegt einen Loose. Das ist natürlich doof. Aber dann sollte man sagen, okay, es dürfen Leute nachcuen, aber die Leute können keinen Loose kriegen. Die können im Bestfall nur einen Win kriegen, zum Beispiel. Das wäre halt natürlich für die in dem Moment sehr vorteilhaft, aber so hätte man halt nicht so, oh, da ist einer aus meinem Team gelieft, wir haben keine Chance mehr, wir werden jetzt alle verlieren. Da kann man lieber die Leute dann reinlassen, ohne einen möglichen Loose, mit einer Möglichkeit zu gewinnen allerdings, damit die auch eine Motivation haben, natürlich zu spielen. Das wäre in meinen Augen eine sehr faire Lösung. Ja, sie müssten das einfach aus dem Quick-Match transistieren, weil sie haben ja auch in einem der letzten Patches das im Quick-Match genauso gemacht, dass man dann keine Loose dafür kriegt. Ja, das wäre halt eine absolut geniale Lösung auf jeden Fall, damit Competitive auch nicht so, wie gesagt, wenn jemand lief, hat man dann direkt gesagt, okay, wir spielen sechs gegen fünf, wir haben eigentlich fast keine Chance zu gewinnen. Und jemand, der nachjoint, soll natürlich auch nicht sagen müssen, oh, hier, ich habe jetzt hier eine Minute gespielt, hatte überhaupt keine Chance mehr in diesem Game was zu bewirken und habe einen Loose gekriegt, das ist auch kacke. Dann sollte dieserjenige einfach loosen, ohne dann was zu verlieren, hat aber eine Möglichkeit zu gewinnen. Das wäre, denke ich mal, die faireste Variante. So, schauen wir uns mal weiter an. Die Technical Updates, die lassen wir zum größten Teil erstmal außen vor, würde ich sagen. Das einzige, was hier interessant ist, ist vielleicht das High-Bandwidth-Custom-Game-Option, dass man halt quasi in einem Custom-Game die Client-Update-Rate von 20,8 Hertz auf 62,5 Hertz hochstellen kann. Das ist für die Pro-Games auf jeden Fall sehr wichtig. Was sagst du dazu? Das ist zum Scrimmen halt sehr wichtig, dass man halt ein bisschen, äh, bisschen bessere, bessere Fick? Ne, kann man nicht sagen. Du weißt, was ich meine. Ja, das ist halt einfach, damit man halt, ähm, damit halt alles anders berechnet wird und genauer ist. Das ist halt schon... Genau, ein bisschen genauer ist. Das habe ich gesucht, danke. Ja, das ist halt, ähm, für die Custom-Games auf jeden Fall sehr wichtig, für die Pro-Games. Äh, der Rest ist hier erstmal relativ uninteressant. Also, es ist natürlich gute Änderung, ähm, aber nichts, was wir jetzt hier so in den Patch-Breakdown, behandeln wollen, würde ich jetzt sagen. Oder siehst du da noch irgendwas Wichtiges? Ja, welche Änderungen sind halt da, ne? Ja, es ist halt, sind halt da, ja. Die sind gut, die sind aber eher auf dem Backend und betreffen uns nicht so genau. Gucken wir uns mal die Map-Balance-Changes an. Control-Maps, also King-of-the-Hill-Maps, die sind Ilios, ähm, Lijang Tower und Nepal. Each round now has a unique name und rounds are now shuffled in random order. Das ist eine sehr, sehr geile Änderung, finde ich, dass man nicht, also ich finde zum Beispiel auf Ilios, wo ich jetzt gerade auch Ilios sehe, der dritte Punkt ist einfach der absolut coolste und ich finde es schade, dass man den nicht häufiger sieht, weil da ist alles schön offen, die Map ist richtig geil gestaltet und ich finde es schade, dass man die nicht allzu häufig sieht. Und jetzt kann die einfach auch als erster oder als zweiter Punkt kommen und nicht nur als dritter Punkt eben. Was sagst du dazu? Genau, das finde ich, das finde ich sehr, sehr gut, weil es gibt halt oft auch, ähm, situationelle Maps, wo, wo ein, äh, Hero besser ist als der andere und so heißt das nicht, dass man, keine Ahnung, dass man da einfach pauschal sagen kann, so, jetzt spielen wir das, jetzt spielen wir das, jetzt spielen wir dies, sondern du musst dich halt auch ein bisschen, ein bisschen mehr anpassen zumindest und du kannst halt nicht einfach, äh, ne, einfach so dahin gehen. Vor allem ist es halt auch gut, dass du halt ein bisschen mehr Abwechslung drin hast, das heißt nicht, oh, du machst das, dann machst du das und dann machst du dies, sondern du hast halt, ne, ein bisschen mehr Individualität drin und Individualität ist wichtig bei so. Ja, ich finde auch, wie gesagt, das ist einfach eine coole Änderung, so, das macht einfach viel mehr Spaß, so, weil es auch einfach dann so, man sieht halt auch die anderen, die anderen Teile der Maps, die man normalerweise seltener gesehen hat, deswegen eine sehr sinnvolle Änderung, habe ich auch irgendwo erwartet, dass das kommen muss eigentlich. So, wir haben jetzt hier auf Ilios noch, ähm, kleinere Änderungen der, der Art und der Kollision, ähm, kann ich jetzt nichts Genaues zu sagen, habe ich noch nicht gesehen, hast du da was gesehen von? Ähm, jetzt, ich habe nicht wirklich darauf geachtet, muss ich ehrlich sagen, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass sie bei manchen Dächern vielleicht das Abrutschen ein bisschen geändert haben, weil du hast stellenweise auf Ilios gehabt, dass du echt, äh, behämmert abgerutscht bist, dass du irgendwie in Gräben reingefallen bist und dich nicht mehr retten konntest, etc., vor allem hier in Richtung Winston, in Richtung, äh, Genji. Ja. Wo du halt dich nicht mehr recovern kannst dann. Ja, ich weiß, was du meinst. Auf Lijiang Tower haben wir noch, ähm, the Control Point Room in the Garden has been enlarged, jetzt muss ich gerade überlegen. Ähm. Das ist der, das ist der mit dem Graben drumrum, die zweite Map. Ja, und der, und was wurde der jetzt genau enlarged? Ach, der Control Point, der wurde einfach, ja. Der Vollpunkt ist ein bisschen größer. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Die Fläche, auf der du sein musst. Ja, das macht Sinn, weil die Map war wirklich sehr, sehr eng da auf dem Control Point, deswegen ist das auf jeden Fall eine gute Änderung. Und, äh, the Pillars in the Control Center have now been removed and two new walls have been added. Also die machen wieder kleinere Änderungen der Maps, einfach um die Maps ein bisschen, ähm, gebalanceder zu gestalten, was auf jeden Fall auch Sinn macht. Ähm, ich hab's jetzt noch nicht gesehen, muss ich sagen, aber ich denke mal, die werden sich schon was dabei gedacht haben. Die haben ja zum Beispiel auch Temple of Anubis einfach, ähm, vergrößert, weil die ja auf den, in den Pro Maps, also in den Pro Games nicht wirklich gespielt wurde. Hier, Temple of Anubis war halt, ist immer noch nicht beliebt, weil es ein Capture Point ist. Payload ist immer noch das Format für Pros. Nur, ähm, die versuchen halt in die Richtung zu gehen, dass die Maps ein bisschen balanced sind. Und der zweite Punkt auf Temple of Anubis war halt wirklich scheiße schwer einzunehmen, oder? Jetzt nochmal zurück zu der anderen Nennung, die vorher passiert ist. Ja, das, ja, das ist richtig. Die waren halt, der war halt dadurch, dass der, dass die zwei Eingänge sehr, sehr schmal waren, war der schwer einzunehmen. Und dadurch, dass noch ein dritter Eingang erschaffen wurde, ist es dann halt, war es dann halt ein bisschen leichter, auch von mehreren Seiten zu flanken. Bei Li Zhang finde ich's vor allem gut, dass die Pillar beim Control Center weg sind, weil das hat zum Beispiel mir als Support Player ab und zu sehr Schwierigkeiten bereitet. Weil ich mit Lucy immer auf den High Ground musste, um irgendwie mal jeden zu heilen, weil sehr viele Line-of-Side-Geschichten passiert sind. Ja, deswegen finde ich gut, dass die Maps auch nachträglich noch bearbeiten und abändern. Das macht auf jeden Fall viel, viel Sinn. Und bei Route 66 haben wir auch einige Änderungen jetzt nochmal, bevor wir jetzt da auf die ganzen Details eingehen. Also Route 66, die haben hier im ersten Tunnel, Moment, was ist hier? On the left outside of the starting attacker spawnen, die haben das ein bisschen abgeändert halt. Was die jetzt geändert haben, steht jetzt auch nicht hier drin. Kann man jetzt nicht so genau darauf eingehen. Ability for players to enter the hanging train above the starting attacker spawnen. Also das war ein Spot, wo Widow oben reinkam, die kam mit ihrem Hook oben auf die Position und war da der einzige Charakter. Nicht mal mit Farrah bin ich da reingekommen, ich kann's auch vielleicht falsch gemacht haben. War der einzige, ja. Widow war der einzige, der da hochkam. Und das war halt wirklich ein sehr guter Spot, das haben sie jetzt auch entfernt. Die achten also auf diese ganzen Kleinigkeiten auch, finde ich auch sehr gut. Die haben die Payload-Größe nochmal ein bisschen abgeändert, dass alle Charaktere wirklich da rumgehen können. Das haben die im vorherigen Patch schon mal gemacht, weil Reinhardt zum Beispiel auf Gibraltar öfters mal geblockt wurde in gewissen Chokes. Haben sie jetzt auch abgeändert, also noch kleinere Map-Änderungen. Finde ich auch gut, dass sie die Maps nachträglich noch bearbeiten, damit die mehr balanced werden und einfach besser zu spielen sind. So, wir gucken jetzt mal, jetzt kommen wir in die interessantere Kategorie, die Hero Balance Changes. Fangen wir an mit May. Keine große Änderung, aber die Ice Wall kann jetzt direkt von May zerstört werden, wenn sie die Ability nochmal benutzt. Also, wenn sie sie früh nochmal benutzt. Das heißt, wenn ich eine Wall setze und ich sehe, oh Scheiße, ich habe jetzt gerade meinen Tank ausgesperrt und der Rest vom Team ist hinter der Mauer, kann ich die Mauer direkt wieder abreißen. Sehr gute Änderung, finde ich. Was sagst du? Sehr gut, ja. Ja, es ist eine sehr gute Änderung. Es hat halt oft Probleme gegeben, wenn du halt eine May hattest, die gewisse Wege geblockt hat, aus Versehen oder halt sogar absichtlich manchmal. Es ist zwar gut, dass sie Wall abgeschirmt hat, aber sie hat auch manchmal echt Probleme bereitet, je nach Positionierung. Ja, deswegen, das war halt teilweise wirklich nervig, auch wenn ich May gespielt habe oder so. Und auf Hanamura, man kennt halt, da gibt es ja den Haupteingang am ersten Punkt. Wenn man den dann zugemacht hat und dann hat er einen Teammate ausgesperrt, dann kann man den halt damit getötet haben. Jetzt kann man dann wenigstens dann, wenn man schnell genug reagiert, die Mauer wieder wegmachen und der kann wieder reinkommen. Kann halt mal passieren, so. Ist auf jeden Fall eine sehr gute Änderung. Bei Mercy haben wir jetzt hier kleinere Änderungen. Allgemein sind das Änderungen, die bei Charakteren mit zwei verschiedenen Waffen, wie zum Beispiel auch Torbjörn, stattgefunden haben. Und zwar ist es einmal, dass ihre Pistole automatisch reloadet, wenn man sie nicht benutzt. Bei ihrem Stab ist es eine andere Änderung. Also die Pistolenänderung ist jetzt okay, aber ist jetzt nicht gerade die massivste Änderung. Aber das hier mit dem Stab vielleicht. Players can now swap between Healing Beam and Damage Beam without losing the Beams Target. Du als Mercy-Spieler, gute Änderungen oder eher unwichtig? Die beiden Änderungen, vor allem die erste Änderung, ist halt mega gut. Findest du? Ich habe heute sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, weil du einfach mit Mercy jetzt ein bisschen mehr Potenzial hast, deine Waffe zu benutzen. Du kannst sie halt flexibler switchen. Du kannst Damage machen in Situationen, wo du vorher halt ein bisschen aufpassen musstest. Du kannst dann einfach wieder auf den Stab switchen und musst keine Bagger haben, falls sich irgendwas mal anspringt oder so, dass du dann halt wieder auf die Waffe switchst und dann reloaden musst. Das heißt, du bist einfach viel flexibler geworden im Waffen switchen. Ja, von dem Aspekt her definitiv besser. Du bist viel flexibler geworden im sich selbst verteidigen. Das ist halt das Wichtige daran. Ja, stimmt. Ich habe jetzt nicht so darüber nachgedacht, aber das ist dann ja doch schon eine wichtigere Änderung auf jeden Fall. Aber es ist halt in erster Linie, es ist halt ein Quality of Life Improvement. Es ist halt angenehm, aber es ist jetzt kein krasser Buff oder so in der Richtung. Es ist halt ein Quality of Life Improvement. Das ist kein krasser Buff, das ist Quality of Life auf jeden Fall. Du bist halt ein bisschen besser am Dich selbst verteidigen. Das mit dem Stab ist, sehe ich so mit einem lachenden und einem weinenden Auge, muss ich ehrlich sagen. Es ist gut, dass du halt dann switchen kannst, beziehungsweise dass du nicht geswitcht wirst. Aber wenn du halt gewohnt bist, schnell Targets zu switchen, kann es schon ab und zu mal passieren, dass du zwei, dreimal klicken musst, bevor du dann, wenn du den einen geheilt hast, dann dem anderen wieder Damage geben kannst und dann hängenbleibt. Aber das ist wirklich nichts Tragisches oder so. Muss man sich einfach nur daran gewöhnen, ein bisschen langsamer zu klicken. Ja. Wir haben dann noch Guardian Angel und hier wurde die Range slightly increased. Das kann jetzt alles heißen, ich schätze mal von 15 auf 20 Meter. Das würde ich jetzt unter Slightly verstehen, also ein Drittel noch drauf. Vielleicht auch irgendwie, ist nicht viel mehr geworden? Also es ist wirklich nur so ein kleines bisschen mehr geworden, vielleicht 5 Meter oder so. Ja, das meinte ich ja, irgendwie 15 auf 20 Meter oder sowas. Cooldown decreased from 2 to 1.5 seconds. Das ist, denke ich mal, damit gemeint, dass die dann kurz stehen bleibt und auf der Stelle stehen bleiben muss, oder? Nee, du hast halt zwei Sekunden Cooldown gehabt, bevor du zum nächsten Target fliegen konntest. Ach, Moment, Moment. Oh, Guardian Angel. Es geht um den Shift. Ich war jetzt gerade beim Ultimate, my bad. Sorry dafür. Ja, dann auf jeden Fall ein Cooldown, auf jeden Fall eine sehr gute Änderung. Ja, ich war jetzt gerade, sorry, ich war jetzt gerade irgendwie bei der Ultimate gelandet. Guardian Angel klang jetzt so danach. Will not destroy environmental targets when you come in contact with them. Macht auf jeden Fall Sinn. Also wenn es Sachen sind, die kaputt machen, also zerstörbar sind, wenn man nicht dann stumpf dagegen fliegt. Das ist, denke ich mal, eine gute Änderung auch. Das ist ziemlich gut, du hast oft bei Kanten das Problem gehabt, dass du nicht ganz hochgekommen bist, wenn der Chart, zu dem du geflogen bist, sich gleichzeitig ein Stück zurückgezogen hat, weil dann der Winkel einfach nicht mehr richtig gestimmt hat. Wenn du jetzt die Zäune kaputt machen kannst, kommst du halt eher dann auf Heiz. Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht so. Und jetzt kann man dann auch abbrechen, indem man die Fähigkeiten nochmal benutzt. Ist, denke ich mal, auch wieder, es steht auch hier, alles Quality of Life Improvements. Keine krassen Buffs hier, aber auf jeden Fall ist ganz nett. Ist ganz nett. Es fühlt sich jetzt ein bisschen smoother anzuspielen, vor allem fühlt es sich ein bisschen sicherer anzuspielen, gerade durch den Cancel. Ich habe vorhin schon im Chat geschrieben, ich bin ein bisschen am Rumgüntern deswegen, weil ich halt gewohnt bin, die Shift-Taste zu spammen, wenn ich irgendwo hin will. Ja, ja. Aber du kannst jetzt halt stoppen, wenn du merkst, du gehst da gerade in eine Situation rein, die einfach unangenehm ist. Und gerade dadurch, dass es halt das Cool dann runtergenommen wurde, bist du jetzt einfach viel mobiler. Ich habe heute gemerkt, ich bin echt viel, viel weniger gestorben. Okay, also es sind auf jeden Fall gute Änderungen, aber wie gesagt, overall, alles nur, ja, kleinere Änderungen, die einfach wirklich das Spielen als Mercy angenehmer machen. Also, ist auch gut so. Jetzt kommen wir zu wohl markantesten Änderungen in diesem Patch. Symmetra Photon Shield, Shield Amount Reduced from 50 to 25. Das war wirklich das Ding, worauf alle gewartet haben, vor allem die Pros. Wir haben das letzte Mal im Gozo Weekly Nummer 10 hatte Internet Hulk, der Symmetra quasi etabliert hat, hat das angesprochen, dass da was passieren muss. Und hier haben wir es jetzt auch, weil in der Pro-Szene war es wirklich nur noch, es wurde nur noch die sogenannte Squishy-Combo gespielt oder God-Comp oder wie auch immer man sie nennen möchte. Und das ging einfach nur, weil Symmetra's Shield so stark war. Wenn man Tracer halt einfach mal von 150 auf 200 HP gebracht hat, ein Genji von 200 auf 250, das war einfach eine massive Änderung. Und diese 25 HP, Tracer jetzt nur noch von 150 auf 175 ist immer noch gut, aber es ist nicht mehr so einfach, dass man so eine unzerstörbare Tracer da hat. Was hältst du für eine Änderung? Ich finde sie auf jeden Fall sehr, sehr nötig. Ich meine, wir haben selbst eigene Leibe gespürt, so mehr oder minder, was halt so eine Tracer mit so einem Schild anrichten kann. Und wir wissen auch beide, dass eine Tracer mit einem geringeren Schild, beziehungsweise mit gar keinem Schild halt einfach viel, viel einfacher zu verkraften ist. Und dadurch, dass sich halt wirklich alles in der Pro-Szene im Moment und auch stellenweise im Pub-Play um die Symmetra gedreht hat, war es einfach wichtig, das Schild ein bisschen runterzunehmen. Das war ja die Spekulation, ob sie es einfach nur runtersetzen oder ob sie es zum Beispiel faden lassen, wenn sie stirbt. Und ich finde die Option mit dem Runtersetzen ein bisschen besser, weil es einfach Symmetra nicht ganz kaputt macht. Ich hätte halt gesagt, man könnte halt bei Symmetra vielleicht einfach ein prozentuales Schild geben. So, ich sag jetzt mal 20 Prozent, das wären dann bei Tracer 30 HP. Das wäre jetzt natürlich mit den Tanks wieder sehr stark gewesen. Das wäre halt für die Tanks dann auch mal gut gewesen, ne? Also das wäre jetzt natürlich 20 Prozent, weil es auch nicht nur... Das wäre ein bisschen mehr viable gewesen. Ja, das wäre vielleicht eine ganz gute Idee gewesen, das prozentual zu machen. Das muss ja auch nicht 20 Prozent sein, das können ja auch 15 Prozent sein zum Beispiel. Dann wäre es auf den Squishy-Charakteren ungefähr dieser Wert jetzt gerade. Aber es wäre halt auch auf Tanks echt nützlich. Dann wiederum wäre es vielleicht etwas zu stark auf Tanks, das weiß ich dann halt nicht. Könnte man halt mal überlegen, ob man das mal ausprobiert. Jetzt haben wir noch Beta, jetzt könnte man sowas mal probieren einfach. Aber auf jeden Fall erstmal eine sehr, sehr gute Änderung und das wird auf jeden Fall die Meta in Overwatch um einiges auflockern wieder. So, der nächste Punkt ist wie bei Mercy. Gibt es auch, wenn ihr nicht zu viel zu zu sagen. Seine normale Gun wird automatisch reloaded, wenn er mal auf seine Goile wechselt, um seine Turret zu pimpen. Ist ein Quality of Life Improvement. Gibt es nicht so viel zu zu sagen, denke ich, oder? Nee. Also, ja, ist halt angenehm, aber nicht so jetzt das Ultimo. Wir haben jetzt hier Career Overview. Wir haben hier noch kleinere Änderungen vorgenommen. Wir haben alles ein bisschen neu organisiert. Kann man jetzt auch nicht zu viel zu sagen. Die Average Statistiken waren eigentlich immer buggy, fand ich. Also ich habe immer irgendwie, sagen wir mal, ich habe 9.982 Damage gemacht. Dann stand da immer, ich habe 9.281,9 Damage in Average. So ungefähr war das bei mir immer. Ich weiß nicht, was du damit für Erfahrungen gemacht hast. Ich habe wirklich drauf geachtet, muss ich ehrlich sagen. Ja, diese Average Sets waren einfach immer buggy. Die Average Sets waren immer ein bisschen komisch und vor allem die Time Plate war immer sehr, sehr komisch. Ja, richtig. Ich habe jetzt auch irgendwie Time Plate auf Pharah zwei Stunden. Dabei sind es irgendwie zwei Tage und zwei Stunden oder so weiter in der Richtung. Das ist ganz komisch. Na gut, auf jeden Fall, kleinere Änderungen wieder, nichts Besonderes. Game Options, es gibt jetzt Optionen, dass man Custom Cross-Ears hinzufügen kann. Habe ich noch gar nicht gesehen, muss ich sagen. Das klingt auf jeden Fall super. Die musst du dir mal angucken. Es sind nicht sehr, sehr viele Optionen, aber es sind zumindest ein paar Optionen da. Die können ja mal ganz kurz. Die Auswahl zwischen fünf, sechs verschiedenen, ich glaube fünf sind es, verschiedenen Cross-Ears mit nochmal verschiedenen Farben. Unter welchem Punkt ist das denn? Ich bin gerade mal da drinnen kurz. Das ist bei Options und Controls. Bei Controls. Das ist das Retisal-Type. Ja, ich sehe es gerade. Das sind vier verschiedene. Circle, Cross-Ears, Short-Cross-Ears, Dot. Dot ist wirklich wahrscheinlich das, was die meisten nehmen werden. Dot ist wirklich nur ein Punkt. Ja, das ist wahrscheinlich das, was die meisten noch nehmen werden. Man kann die Farbe jetzt ändern. Wunderschöner Change auf jeden Fall. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich sehe auch gerade, wir haben eine Sache noch, die wurde hier gar nicht angesprochen. Ich gehe mal ganz kurz in ein Trainings-Game rein. Moment. Play versus AI. Ist auf easy. Ich möchte einmal kurz eine Änderung noch zeigen, die bei Widow gemacht wurde, die nicht erwähnt wurde. Und zwar ihr Zoom-Mode wurde geändert. Und zwar hat man vorher bei Widow gehabt, dass der Zoom-Mode wirklich weiter gesoomt hat und man hatte eine sehr eingeschränkte Sicht. Und wenn man sich das jetzt anguckt, man hat jetzt eine sehr, sehr offene Sicht und der Zoom ist deutlich reduziert. Also der Zoom geht deutlich weniger weit. Ich mache da mal kurz hier anhand der... Ich weiß gerade nicht. Wir gucken da mal kurz. Wir gucken uns mal ganz kurz den Schatten hier an. Oh, okay. Da kommt gerade ein Bot. Gucken wir uns den Schatten hier an. Wenn ich jetzt zoome, sieht man ungefähr den Blickausschnitt. Ich laufe jetzt vor bis zu dem Schatten und habe jetzt ungefähr den gleichen. Also der Zoom ist wirklich minimal. Ich wollte das jetzt einfach kurz zeigen. Wir gehen wieder hier aus dem Game raus. Also das ist eine Änderung, die gar nicht kommentiert wurde. Wundert mich auch, dass sie dazu nichts gesagt haben, dass sie zumindest halt das Visier halt ein bisschen umgestellt haben. Ist auf jeden Fall erstmal merkwürdig, aber das wollte ich jetzt nochmal anmerken. Die haben bei Widow auf jeden Fall das Crosshair verändert. Es gibt noch weitere Optionen, die hinzugefügt wurden. Und zwar kann man jetzt Hero-spezifische Optionen einschalten, wie zum Beispiel Genji und Hanzo können automatisch Walls climben. Dazu noch Rip Tire von Junkrat kann automatisch Walls climben. Mercy hat Toggle Beam Connection. Das sagt mir gerade nichts. Reinhard hat Toggle Barrier. Soldier hat Hold to Sprint. Und Widowmaker hat Toggle Zoom. Und Mouse Sensitivity While Zoomed. Davon am massivsten würde ich jetzt sagen, ist die Mouse Sensitivity While Zoomed. Einfach weil es ein massiver Unterschied ist, ob man jetzt mit 800 dpi 20er Sensitivity spielt oder mit entsprechend dann einer 10er Sensitivity, weil man einfach genauer sein muss. Halte ich auf jeden Fall für die massivste Änderung. Was findest du denn in den Änderungen? Hast du da irgendwas, was gut ist? Das sind einfach nur sozusagen individuelle Key-Bind-Optionen, Werdeminder, beziehungsweise Toggle-Optionen. Ist auch wieder Quality of Life, ne? Gerade großartig, aber es ist halt wirklich nur Quality of Life Enhancement, mehr nicht. Ja. Sind auf jeden Fall ganz nette Änderungen dabei. Wie gesagt, Widowmaker mit der Mouse Sensitivity ist auf jeden Fall eine gute Änderung. Also die ist wirklich, die macht sich auch wirklich bemerkbar. Also auch Gameplay-mäßig. Ja. So, Spectating finde ich sehr gut. Several Polish Updates have been made to the Spectator Mode. Und so als Shoutcaster ist das auf jeden Fall geil. Und da freu ich mich schon drauf. Ist aber erstmal relativ irrelevant. Und hier haben wir noch zwei Bugfixes. Ist jetzt auch erstmal nicht so tragisch, was da so passiert ist. Jo, geiler Patch auf jeden Fall. Overall finde ich den Patch wirklich super, aber wirklich massiv ist halt Patch-Highlights und dann New Game Mode, Competitive Play. Das ist so die größte Änderung, die reinkam. Und ja, ich finde den Patch auf jeden Fall super. Also viele gute Änderungen drin. Was sagst du dazu? Ja. Ich finde den Overalls ziemlich gut und ich freue mich, dass jetzt wenigstens das Ranked Play sozusagen als zweite Langzeit-Motivation jetzt erstmal in die Beta reingekommen ist. Ja, definitiv eine geile Sache so. Gut, dann sind wir mit dem Patch-Breakdown für diese Woche durch. Wir hoffen, dass wir in der nächsten Woche nochmal einen Patch kriegen. Das war der Patch vom 5. April 2016. Und wenn ihr irgendwelche Meinungen zu diesem Patch habt, könnt ihr ihn gerne in die Kommentare schreiben. Ich war hier, Cyrus, mit Nuki. Twitch.tv slash Nuki. Könnt ihr auch gerne mal auschecken. Oder ihr kommt einfach mal auf meinem Stream vorbei. Könnt ihr gerne beides machen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin. Haut rein. Ciao. Ciao.